Sonders für die angekündigte Familie, besser und vorrissend schlauern, wie der Erstaunlichke. Erfülle eine gründliche Verheißung in Christi zu glädigen Höhen. Gott ist unser Vater. Gehe dich, Herr Christus. Gott, du bist unser Vater. Führe unser Gebet und schenke allen Menschen ein. Darum bitten wir Christus unser Vater. Gott, du bist 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 unser Vater.